Und weiter geht's hier mit einer neuen Folge von King of Retail. Heute geht's ja weiter hier mit unserem neuen Getränkeladen, mit unserem Getränkeshop. Und jetzt geht's erstmal hier los im Büro und was man hier alles einstellen kann, welche Möglichkeiten man hier hat und was man hier alles machen kann in dem Game. Und dann gehen wir natürlich rein in den ersten richtigen Verkaufstag in unserem neuen Shop. Also legen wir los. Beim letzten Mal hatten wir ja den Shop eingerichtet und alles voll gemacht, die Regale gefüllt und so weiter. Haben die ersten Waren ja gekauft. Und jetzt sind wir hier in dem Büro. Nach Feierabend kommt man immer hier rein und hat nochmal die Chance, sich am Computer die Statistiken irgendwie anzugucken. Man kann Bestellungen nochmal nachziehen. Mindeste Bestände kann man pflegen und sowas alles. Das hier ist der Tisch, wo wir unsere Bewerbungsgespräche führen für Mitarbeiter. Hier vorne sehen wir einen kleinen Kalender. Guck mal da, da haben wir sogar in zwei Tagen schon Hollywood-Filmaufnahmen hier. Das heißt, da kommen irgendwelche Berühmtheiten vermehrt in die Stadt. Das wirkt sich dementsprechend natürlich auch aus. Dann können wir hier natürlich als erstes mal die Öffnungszeiten für unseren Laden festlegen. Was ich zuletzt gemacht habe, ist, dass ich gesagt habe, okay, schwerpunktsmäßig mache ich einfach am Wochenende auf. Und dafür mache ich montags und dienstags quasi zu. Machen wir mal hier alles auf 21. So, und dann hatte ich das so eingestellt, dass ich keine Mitarbeiter hatte an diesen beiden Tagen. Das heißt, wenn ich später Mitarbeiter habe, dann haben die an diesen beiden Tagen frei. Das entspannt die auf jeden Fall immens. Und an den anderen Tagen mache ich dann aber von 9 bis 21 Uhr auf. Von 9 bis 9 Uhr. Erstmal so für den Anfang. Gucken wir mal, wie das so läuft. So, dann haben wir das Wochenende nämlich schön den Partystoff bei Hand und so. Dann kann man schön hier am Wochenende die Kohle machen. Und Anfang der Woche wird entspannt. So, dann haben wir die Öffnungszeiten eingestellt. Mitarbeiter kann man sich hier dann angucken, wenn man später welche hat. Beziehungsweise hier die Personalplanung machen. Und hier sieht man dann die ganzen Statistiken, was man eingenommen hat, welche Ausgaben man hatte. Sehr schön detailliert gemacht. Hier an dem Ordner kann man dann speichern oder dann irgendwann wieder auch gehen und das Game verlassen. Hier, genau, geht es an das Design. Namen ändern und so was alles noch. Dann kann man hier, richtig wichtiges Tool, den Shop irgendwann, wenn man genug Kohle hat, zum Beispiel vergrößern. Man geht hier auf die Grundrisse. Man geht hier auf den Ladenbereich. Dann sagt man, okay, ich brauche jetzt hier hinten noch ein bisschen Anbau. Oder machen wir das nochmal so. Oder wir bauen hier einfach mal ganz wild. Und so weiter. Dann machen wir hier noch einen Bereich. Das kann man alles machen. Oder man sagt, man braucht natürlich ein bisschen mehr fürs Personal. Und noch ein größeres Lager. Müssen wir auch noch haben. Also all diese Möglichkeiten kann man hier rüber steuern und einstellen. Dazu kann man sagen, ja, wenn ich hier jetzt so einen Bereich habe, hätte ich aber auch gerne noch ein paar Wände da drin. Zack, zack. Dann ziehen wir hier noch ein paar Wände rein. Und in den Wänden hätte ich aber auch noch gerne Türen. Und hier auch noch. Also alle Möglichkeiten, die man sich so vorstellen kann. Ich habe bisher noch nichts vermisst. Sieht alles wirklich gut aus. Lässt sich gut umsetzen oder wird gut umgesetzt. Und wenn an solchen Wänden, die man dann hat, wenn da irgendwelche Regale vielleicht dranhängen oder sowas, dann werden die nach dem Umbau, liegen die auf dem Boden sozusagen. Man packt das aus, packt das alles wieder zusammen. Und hat, jetzt habe ich das gedreht. Und hat dann, so. Und dann hat man das alles schön in den Kisten und kann das wieder verwenden. Das Teil hier, das ist Werbung. Habe ich tatsächlich noch nicht einmal gemacht. Kann man wohl auch schalten. Ich habe bisher immer nur einen PR-Typi genommen. Habe einen, Sie müssen eine Anzeige auswählen. Getränke. Habe jemanden ausgesucht, der ein bisschen PR macht. Alles klar. Gucken wir uns später mal an. Und das war eigentlich auch schon ganz gut bisher. Hier sind die Leute. Hier ist das Personal. Da kann man dann auch gucken, was die für Qualifikationen haben und sowas. Machen wir aber auch noch nicht. Gehen wir auch später erst rein. Hier am PC kann man zum Beispiel dann auch reinschauen, wenn man das Personal hat. Dann melden die sich hier ab und zu, wenn die irgendwelche Sorgen haben. Man kann Kredite aufnehmen, wenn es soweit ist. Man kann nachschauen, was die Kunden so gekauft haben und welche Kunden quasi an welchen Tagen kommen. Sehr schön detailliert tatsächlich. Im Überblick sieht man, was man verkauft hat und was den meisten Umsatz gebracht hat. Und tatsächlich auch die Marge, wie viel Prozent Gewinn man da dran hatte. Dann sieht man hier den Bestellverlauf und kann zum Beispiel Mindestlagerbestände nachbestellen. Und hier kann man dann das Mindestlager eben auch pflegen. Das können wir eigentlich mal eben machen. So. Ja, das ist immer noch ein bisschen räudig. Man muss quasi jeden Artikel einzeln reinziehen, einzeln anfassen. Solche Sachen könnte man tatsächlich auch im Shop selbst machen. Aber auch da wäre es dann so, dass man jeden Artikel dann im Shop anklickt. Das können wir gleich mal machen. Dann zeige ich das mal eben. Man klickt quasi jeden im Regal an, jeden Artikel. Und kann dann sagen, ja Mensch, irgendwie verkaufe ich davon viel zu viel. Ich erhöhe mal direkt den Mindestlagerbestand. Damit wir dann bei der nächsten Lieferung da sofort mehr Ware bekommen. Und damit das auch, diese Info nicht verloren geht. Also wieder sofort am Regal quasi der Mindestlagerbestand erhöht. So, das habe ich jetzt gemacht. Das ist jetzt gepflegt. Sechs Stück pro Sorte. Und dann können wir jetzt hier immer noch wieder in die Bestellung reingehen und sagen Mindestlagerbestand. Nochmal erhöhen. Das sind nochmal 169 Euro. Das bestellen wir gerne hinzufügen. Jeweils zwei Stück mehr. Wir hatten ja vorher nur vier Stück bestellt. Das kommt jetzt also an. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal rein in den Shop. So, und da sind wir. So startet der Tag. Beziehungsweise es ist ja Montag. In dem Fall haben wir ja einen kurzen Tag. Also fast geschlossen. Hier kommt schon wieder unser Harry, Alter, der hier die Ware, ich glaube, er backt hier so ein bisschen fest, ne? Der die Ware hier vorbeibringt. Sollen wir das vielleicht lieber so machen? Vielleicht ist er, vielleicht kommt er da besser vorbei. Und er packt hier auch schon schön alles wieder voll. Ich muss ein bisschen Gas geben, alles auspacken. Jawohl, hat auch alles gepasst. Zap, zarap, zarap. Und jetzt hat der Laden offen, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Andererseits, am Anfang, machen wir erstmal die Kasse auf. Am Anfang wissen die Leute noch gar nicht, dass es mich gibt. Und hier gibt es ganz viele, die stehen jetzt hier vor mit dem Fragezeichen und sagen, Alter, wer bist du denn? Und dann kannst du dir anquatschen und sagen, ja, schönen guten Tag, schön, dass du da bist, Alter. Ich bin hier der neue Larry vom Platz. Und dann musst du hier irgendwelche so komische, so Freundlichkeitsdinger irgendwie machen und mit denen quatschen. Und vielleicht kriegst du die, guck mal, ganz freundlich. Jetzt kommt sie sogar rein und guckt sich den Laden an. Und dann kannst du eigentlich hier die ersten, am Anfang kannst du hier ganz viel stehen draußen und die Leute irgendwie bequatschen. Ich weiß nicht genau, was das Beste ist. Ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht hier mit Freundlichkeit, dass man denen da irgendwie... Oh, die war so semi-erfolg... So, oi, 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 die erste Kundin direkt. Perfekt. Weißt du, da stehst du vorne vor der Tür und sagst den Leuten, guck mal hier alle, ich habe auch Limo. Ja, schönen guten Tag. Wollten sie nicht auch mal schon immer mal eine leckere Limo kaufen, Alten? Ich pump das mal wieder hoch hier bis maximal. Und dann kann man das nochmal ein bisschen mehr. Guck mal hier, 95 Prozent und... Manche wollen halt auch eher Fakten. Manche sind nicht so emotional. Die haben nicht so Bock auf Spaß. Anna, die wollen eher Fakten. Weißt du was, ich packe einfach weiter aus. Da ist meine Zeit irgendwie sinnvoller mit verbracht. Ich habe das Gefühl, dass man eh so nach... Ich würde sagen, nach dem vierten, fünften Tag, dann geht es so langsam richtig los, dass die Leute den Laden kennen. Und dann wird er auch immer mehr. Guck mal, jetzt habe ich einen Verkauf hier gemacht. Aber ich kann die Regale nochmal auffüllen in der Zeit. Jetzt habe ich nach Feierabend eine Stunde Zeit. Danach wird man automatisch quasi rausgekickt ins Büro. Das heißt, immer schön die Uhrzeit im Blick behalten. Was man manchmal nochmal machen kann, ist dann vielleicht nochmal schnell ein bisschen was auspacken. Das läuft manchmal auch durch. Auch wenn man da schon im Büro ist, dann sind die Paletten trotzdem irgendwann am nächsten Tag ausgepackt komplett. Aber guck mal hier, bisher sieht das ganz gut aus. Jetzt landen wir auch gleich im Büro. Ja, das war die Miete. Die Einnahmen waren ja nicht ganz so groß. Sie hatten keine Personalkosten. Von daher war das der erste Tag. Aber auch ein ganz kurzer Tag zählt also nicht so richtig. Genau wie der nächste. Der Dienstag haben wir ja. Der ist dann natürlich auch nicht so... Ne, das war schon der Dienstag. Perfekt. Dann sind wir jetzt auf Mittwoch. Und dann haben wir schon den ersten kompletten Tag. Perfekt. Wir haben auch hier auch nochmal eine E-Mail bekommen. Das ist immer schön, das Zeichen hier. Da gucken wir uns das nochmal eben an. Genau. Hollywood bla bla bla. City News. Filmaufnahmen. Das morgen zwei Tage beginnt. Vermutlich mehr Berühmtheiten. Alles klar. Ja. Das ist schön. Vielleicht kriegen wir ein bisschen mehr hochwertigen Stoff verkauft. Gucken wir direkt rein. Zack, zack, zack. Das mal eben überspringen hier. Lieferungen haben wir ja nicht heute. Machen wir eben auf schnell. Hier liegt noch ein bisschen Ware rum, die bisher noch nicht ins Regal gepasst hat. Die könnten wir hier noch eben nachfüllen. Zack, 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 zack. Ich wechsle ständig hier zwischen normal und zwischen schnell, weil manche Sachen, die dauern dann einfach. So, dann ist das erledigt. Alle Regale gut gefüllt. Wir haben immer noch 300 Ocken. Was ich ein paar Mal gemacht habe, ich habe mich einfach den Leuten in den Weg gestellt. Ich hatte zwischendurch den Eindruck, dass wenn man denen so im Weg steht, das... Hallo. Hallo, kauf Limo, Alter. Kauf Limo. Hallo. Wollen Sie nicht ein wenig Limonade kaufen? Wir haben hier leckere Limo. Limo? Limo? Ja. Ja, genau so. Man muss bloß... Hier, Limo, Alter. Limo. Limo? Limo. Hast du gesehen? Da ist Limo. Limo... Limonade. Limonade. Leckere Limo. Limonade, Alter. Limo. Limo. Hier, Limonade. Alter, ich habe... Ja, hallo. Schönen guten Tag, junge Frau. Ja, ich kann Ihnen anbieten, dieses wunderschön grüne Getränk. Mit Sicherheit kaum Farbstoff drin. Das ist natürlich grün und, ähm, passt zu Ihren wunderschönen grünen Augen. So ein leckerer Getränk. So. Mal hier noch ein bisschen Kompetenz vorgaukeln. Und? Ja, gerne. Schnell an die Kasse gehen, Alter. Sie hat gekauft, Alter. Lecker, lecker, lecker. Mmh. 11 Mark. Perfekt. Hallo, Herrmann. Hallo. Schönen guten Tag. Wollen Sie sich auch ein wenig Limo kaufen, Algen? Oh, ich... Needs das hier. Also muss ich hier eigentlich auf Kompetenz gehen? Und muss das volles Meld erhöhen? Ich komme irgendwie nicht darauf klar. Also ich weiß nicht genau, wie das kleine Spielchen hier funktioniert, ey. Aber irgendwie... Also irgendwie habe ich ganz gut Erfahrung gemacht. Hallo, schönen guten Tag, Alter. Wie wäre es mit einer leckeren Limo? Irgendwie habe ich den Eindruck, dass man so über den... Über den Spaßfaktor hier... Da immer ganz gut rankommt. So, guck mal hier. Auf 83 Prozent, Alter. Er war auch nicht begeistert von mir. Mmh. Leckere Limo. So, junge Frau, wie wäre es denn nochmal mit was... Ja, hier. Was Buntes. Hm? Und die Farben der Leute, die sehen ja nicht aus Spaß so aus, wie sie aussehen. Das sind tatsächlich diese verschiedenen Gesellschaftstypen, kann man sagen. Also, ITler, Ökos, Alten. Ne? So sehen halt Ökos aus. Und, ähm... Rentner. Das sind hier VIP... Ach, die Orangenen sind die VIPs, glaube ich. Das sind die Hollywoodstars, Alter. Und dann rennen sie hier alle so rum. Und irgendwann... Weißt du was? Ich kann einfach mal... Ich mache mal ein bisschen Marketing hier. Irgendwann... Wir machen mal Marketing hier für Berühmtheiten. Und, äh... Schreiben mal irgendwie eine geile Insta-Story oder sowas. Mit irgendwie... So was schmissiges. Ein bisschen Qualifikation haben wir auch noch raus. Aber es darf auch nicht irgendwie zu langweilig und zu trocken wirken. Ich habe keine Ahnung, was man da schreiben soll. Und wie das hier geht. Beitrag erstellen. Gib ihm, Alter. Jetzt schreibe ich hier irgendwas. Also solche Sachen, wo ich mir selber unsicher bin. Auch später dieser Verkaufsprozess. Die Leute vollquatschen und sowas. Dafür hole ich einfach Personal. Hier, have a minute. Das fragen die ständig. Da hole ich mir doch jemanden, der das kann. Da muss ich doch nicht selber da dran irgendwie und mich versuchen. So machen wir das. Guck mal hier. Jetzt kommt hier noch Einführung und so. Bla, bla. Herzlich willkommen in unserem tollen Geschäft. Ja, ich komm. Mach fertig. Oh, jetzt habe ich einen vergrault, Alter. Jetzt muss ich aber hier schnell. Ja, ja, ja. Schnell nochmal. Ja, ja, hier, 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 hier. Alter, die Stars stehen hier Schlange, ey. Das ist der Shop der Stars. Excuse me. Excuse me. Ich eile. Was wolle... Wie wäre es mit diesem wunderbaren Getränk da hinten? Ich habe hier schon wieder was Grünes gefunden. Ein freundliches Grün, Alter. Macht gute Laune und ist für Berühmtheiten. Genau the shit. Ich kann es dir sagen, Alten. Dankeschön. Ja. So. Perfekt, ey. Und er kauft sich das Zeug auch noch. Und vor lange Weile kauft er doch das Gelbe. Und? Alter, er hat einfach die Kohlen, Alter. Er hat die Kohlen. Man sieht es ihm an, ne? Businessman, Alter. 26 Ocken hat er ausgegeben. Jawollski. Ja, ja. Schönen guten Tag, junge Frau. Lila. Ach, wunderbar. Es ist auch so lecker. Ich kann jeden... Also, ich muss das täglich... Also, es ist so ein leckeres Zeug. Ich habe mir auch schon literweise davon gekauft. Oder? Abschlussgespräch. Bla, bla, bla. Thanks. Ja, gekauft. Guck mal, da kommt noch eine Rentnerin rein. Na, geil, ey. Also, vom Eindruck her muss ich sagen, es klappt gerade mit Limonade besser als mit Bier. Irgendwie. Andererseits muss ich echt mal gucken, wie das jetzt gleich ist von der Kohle. Ich hätte ja schon irgendwie Bock, jemanden hier direkt einzustellen, ne? Dass man das eine geraffelt. Also, ich würde, glaube ich, jemanden nehmen, der Verkauf macht und die ganzen Leute abfängt und ich stelle mich dann... Weißt du, weil das ist echt das Nervigste, ne? Ja, schönen guten Tag. Noch ein bisschen länger quatschen. Na, schon lange hier in der Stadt? Nö? Ach, komm. 100 Prozent. Jetzt machen wir noch ein bisschen Fähigkeiten und so. Wie, was man doch für ein toller Hecht ist. Danke. Ja, geil. So. Sehr gut. Läuft. Der Öko hat auch noch das Richtige gefunden. Ja, und so wächst dann einfach so Stück für Stück. So wächst das dann hier alles. Man verdient hier seine Kohlen. Ich kann ihm ja wieder irgendwelche Artikel anbieten. 100 Prozent. Hoppala. Sie hat es eilig. Ja, alles nochmal gut gegangen. Läuft. 19 Uhr haben wir jetzt schon. So langsam. Ja. Ist ein bisschen wenig los gerade, ne? Aber das wird halt, wie gesagt, Stück für Stück wird das mehr. Die Leute kommen rein. Zum Glück gibt es diese Funktion Vorspulen, ey. Sonst kann das manchmal ein bisschen lang werden. Läuft, läuft, läuft. Man will das ja auch, dass das alles läuft. Und das Ganze, also ich sehe das halt so, dass man das Ganze so ein bisschen besser überblicken kann. Wo hat man hier Schwächen im System? Was kann man noch verbessern? Und dementsprechend vielleicht noch anderes Personal einstellen. Perfekt. Jetzt machen wir auf langsam. Das war der erste komplette Tag. Und hier bestellen wir jetzt natürlich auch erst mal Artikel bestellen aus dem Shop direkt den Mindestlagerbestand. 31 Stück sind 83 Ocken. Hinzufügen. Bestellen. Jawohl. Und das kommt dann quasi am nächsten Tag automatisch hier rein. Ein bisschen was liegt hier sogar noch rum. Könnte ich jetzt sogar schon nachfüllen. Siehst du, da ist hier sogar noch was. Und da, ne, da passt nichts mehr. Und dann geht das halt jetzt so weiter. Und ich würde sagen, wir gucken gleich nochmal kurz ins Büro, ob wir uns da nicht noch ein bisschen Personal leisten können. So, ab ins Büro. Tja, und dann sind wir wieder hier im Büro angekommen. Das Ganze hat ja bisher schon ganz gut funktioniert. Wir sind ja auch schon im Plus. Und ich würde sagen, wir leisten uns die oder den ersten Angestellten. Das allerdings im nächsten Video. Wenn du Bock hast, weiterhin Bock hast auf diese Serie, dann Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns das nächste Mal im nächsten Video oder im Livestream. Die ganze Woche eigentlich über. Jeden Abend ab 21 Uhr. Entweder Russian Fishing 4 oder andere Simulationsgames. So wie dieses hier am Dienstag, am Donnerstag und am Sonntag. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.